Mein Name ist Nina Laupichler. Ich bin Projektleiterin für Windenergieprojekte bei Juwi. Als Projektleiterin bei Juwi habe ich eine verantwortungsvolle Rolle. Juwi bietet mir die Möglichkeit, diese Rolle im Einklang mit meinem Privatleben auszuführen. Durch meine Teilzeitarbeit und die Betreuung meines Sohnes hier vor Ort in der Betriebskita im Juwelchen kann ich Job und Familie gut vereinbaren. Aufgrund der räumlichen Nähe der Kita zu meinem Arbeitsplatz habe ich immer ein gutes Bauchgefühl. Ich kann sogar von meinem Büro aus auf das Juwelchen schauen. Ein typischer Arbeitstag sieht für mich so aus, dass ich morgens meinen Sohn zur Kita bringe und anschließend in der Regel im Büro arbeite. Dort habe ich ganz unterschiedliche Termine zu ganz verschiedenen Themen. Ich betreue bei Juwi die Projektentwicklung von Windenergieprojekten in allen relevanten Projektphasen. Von der Genehmigung eines Windparks über den Bau der Anlagen bis hin zur Inbetriebnahme und letztendlich auch die Vermarktung an einen Investor. Gemeinsam mit den Fachabteilungen erarbeite ich Lösungen für komplexe Themen und durchaus auch herausfordernde Fragestellungen, die im Projektgeschäft des öfteren aufkommen. Gleichzeitig bin ich im ständigen Austausch auch mit externen Stakeholdern wie beispielsweise Eigentümer, Behörden und Bürgermeister, die ich in der Regel vor Ort bei Außenterminen treffe. Aktuell betreue ich ein Repowering-Projekt, in welchem bestehende Anlagen abgebaut und neue leistungsstärkere Anlagen errichtet werden sollen. Und gleich treffe ich auch den Bürgermeister vor Ort. In meinem Job kommt es darauf an, mit ganz unterschiedlichen Projektbeteiligten zusammenzuarbeiten, zu koordinieren und letztendlich die Fäden im Projekt zusammenzuhalten. Ich als Projektleiterin habe den Überblick über alle wichtigen Themen und muss ganz flexibel auf neue Situationen reagieren können. Deshalb ist mir die Zusammenarbeit mit meinem Team sehr, sehr wichtig, denn nur gemeinsam können wir Fortschritte im Projekt erzielen. Und das ist auch das Wichtige und das Schöne an meinem Job, die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Ich arbeite mit meinem Projektteam zusammen, was sich aus ganz unterschiedlichen Experten und Expertinnen der jeweiligen Fachabteilungen zusammensetzt. Darüber hinaus arbeite ich natürlich auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus meiner Abteilung zusammen und aus ganz vielen anderen Abteilungen bei Juwi. Gemeinsam arbeiten wir auf die entsprechenden Projektmeilensteine hin und wenn einer dieser Meilensteine mal erreicht wurde, wie beispielsweise der Erhalt einer BIMSCH-Genehmigung für einen Windpark wird dies auch entsprechend angemessen gefeiert. Ich bin stolz darauf, einen sinnvollen, abwechslungsreichen und gemeinschaftlichen Job zu haben, mit dem ich einen wichtigen Beitrag zur sauberen Energieversorgung leisten kann.